Ja, mein Name ist Waltraud Marzius von den Synchron International Franchise Consultants. Ich bin Franchise-Beraterin im deutschsprachigen Raum und ich darf Ihnen heute das Buch Wissens- und Innovationsmanagement in der Franchise-Praxis vorstellen. Dieses Buch richtet sich an Unternehmer und Unternehmerinnen und Menschen, die gerne wissen möchten, wie Wissenstransfer im Franchising gemanagt wird. Das ist der erste Teil des Buches. Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich damit, wie Innovation in Franchise-Systemen betrieben wird. Also wie erneuern wir Franchise-Systeme und wie kommt all das, was neu ist, auch dann wieder in den Wissenstransfer. Die Basis dieses Buches ist eine Studie, die gemacht wurde mit ausgewählten Franchise-Gebern und Franchise-Nehmern, die in ihren Franchise-Systemen im deutschsprachigen Raum sehr erfolgreich sind. Diese Franchise-Geber und Franchise-Nehmer wurden befragt, wie erfolgt der Know-How-Transfer, mit welchen Instrumenten erfolgt Wissensvermittlung und was ist gut und was kann noch verbessert werden. In dieser Studie haben wir uns auch sehr intensiv mit dem Thema Innovation und Weiterentwicklung beschäftigt. Also was muss passieren, damit ein System sich weiterentwickelt, wie erfolgt Innovation und vor allen Dingen, wie kommen die Ideen von der Basis in das gesamte Franchise-System. Ergänzt wird das Buch auch um Checklisten, zum Beispiel eine Checkliste zum Innovationsprozess. Mit der Checkliste kann man feststellen, wie gut erfolgt Weiterentwicklung in einem System und welche Schritte sind notwendig, damit Innovation auch gut gelingt.